Spüre in dich hinein. Wo nimmst du den hellsten Lichtpunkt in dir wahr? Verstärke diesen Lichtpunkt durch die Atmung. Mit jedem Atemzug atmest du Licht aus, dem Kosmos, ein- und mit dem Ausatmen dehnst du das Licht in dir und um dich herum aus. Das Licht in dir wird immer mehr zu einer hellen, warmen, strahlenden Sonne. Du trittst ein in das goldene, göttliche Kreis und kommst ganz in deine Mitte, in deinem Zentrum angelangt. Strömte segende, gleißende Licht wie die strahlende Sonne in alles hinein, womit du sichtbar und unsichtbar, verborgen, verbunden bist.